Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Minecraft Tutorial, äh Tutorial, was rede ich ja, Gameplay. Ja, und wie ihr seht haben wir jetzt hier schon unsere Eisenrüstung, haben wir gerade noch am Ende letzter Folge fertig gemacht. Und, ähm, ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr nach Eisen und auch nach Spinnen, weil das hatten wir eigentlich schon letzte Folge schon vor. Aber das hat ja leider nicht geklappt, weil uns so ein Creeper angegriffen hat und dann haben wir Compae hier gefunden. Und mein Inventar war zu voll und sowas halt alles, ja. Und dann gucken wir jetzt mal, zwei Fäden habe ich allerdings schon. Räunig. Ähm, wir haben noch sechs Eisen, davon kann ich mir ein Schwert machen, das ist schon mal gut. So, dann mache ich mir ein Schwert, Sticks, so, ein Eisenschwert, äh, direkt eine Eisenspitzhacke, ähm, ja, so. Und, ähm, ja, egal, ich nehme einfach eine Eisenschaufel auch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die jetzt unbedingt brauche, aber... Ähm, ja, jetzt habe ich was weggeschmissen. Nein, ich steaksbräu noch. Ähm, ich würde sagen, ich gucke erstmal, ob es überhaupt hell ist draußen. So, ja, tatsächlich ist es hell. Ähm, dann würde ich eher sagen, wir gehen nach Eisen suchen. Dann warten wir, bis es dunkel wird und dann gucken wir nach Spinnen. Ähm, dann suchen wir jetzt nach Eisen. Wir machen es einfach mal hier. Ja, warum nicht? Äh, bevor wir das, habe ich, egal, nämlich jetzt einfach das. Achso, ich habe sogar noch ein bisschen Eisen, habe ich gar nicht gesehen. Äh, da, 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 da. Ich mache den Eingang hier mal zu. Es kommen ja noch irgendwelche Monsterschäns rein, das wollen wir ja auch nicht. Äh, dann geht's auch direkt schon los. Einfach mal ein bisschen nach Eisen suchen, vielleicht finden wir ja was. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall was finden. Hier ist schon mal nichts, wenn ich das so sehe. Dann direkt mal weiter. Ich mache einfach immer so ein paar, ginge mal in die Wand rein. Vielleicht finden wir da ein bisschen mehr Chance, das zu finden. Oder ist auch nichts. Und da ist auch nichts, so wie es aussieht. Na gut, dann geht's erstmal weiter. Na, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Aber wir haben ja noch die Eisenspitzhacke. Machen wir mal kurz ein bisschen Licht. Und weiter geht's. Kohle haben wir gefunden, ist auch nicht schlecht. Dann machen wir die noch kurz weg. Kannst du immer mal gebrauchen. Und bringt ein bisschen Level. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hat Niklas ja auch letztens schon gesagt. Guckt euch auf jeden Fall mal die VARO-2-Videos an. Weil ich kann die nur wirklich empfehlen. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Also der Ungespielt macht das. Also der Simon. Dann Dena macht das auch. Und noch Gomme natürlich. Und Taddle und Adi sind in der letzten Folge sogar gestorben. Leider, weil die so eine doofe Position hatten, wo dann alle hingekommen sind. Na gut, das bin ich hier irgendwo in einer Höhle. Na gut, das wollten wir aber eigentlich nicht. Machen wir mal hier weiter. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer. Also es macht wirklich Spaß dazu zuzugucken. Gebt einfach mal VARO-2 ein. Und dann findet ihr da schon irgendwo. Und ja. So. So, jetzt sind wir ein bisschen tiefer. Dann mache ich mal hier weiter. Ich habe gleich keine Facke mehr. Na gut. Jo. Ich hoffe, wir finden überhaupt noch was. Ein Eisen oder insgesamt irgendwas. Vielleicht haben wir sogar Glück und wir finden irgendwann mal Diamanten. Aber nicht auf dieser Höhe, wo wir jetzt sind. Ich glaube, da sind wir noch viel zu hoch für. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal Glück. Na ja, die Eisenspitzsack ist auch gleich kaputt. Und wir machen uns hier. Und dann können wir das genieinst. Das ist natürlich nicht nur noch. ich glaube das wird im Moment nichts mehr ich glaube wir gehen einfach mal wieder nach oben jetzt sollte es auch schon nachts sein versuchen wir mal irgendwie Spinnen zu finden ich glaube das machen wir dann wohl eher in der nächsten Folge ja gehen wir einfach hier raus obwohl das finde ich nicht na gut hier geht es lang jetzt haben wir es dann geht es hier raus mal gespannt ob wir was finden letzte Folge haben wir nichts gefunden außer Creeper das war dann auch nicht so klasse oben sind Skelette habe ich gerade gesehen da ist es gelöst ja auch sehr gut hoffe ich hätte es nicht so ein gutes Aim dass mich das gleich wegkaut und hier ist noch mehr ich will nur ein paar Spinnen finden ist hat denn so schwer ja es kommt ja auch noch so kommt hier irgendwer ne du sollst nicht zu mir kommen Idiot ab ja genau komm auch noch in meine Richtung diese doofen Skelette immer mal gucken wir das ist irgendwie abhängen können ich glaube einfach mal so eine kleine Schlucht entlang aber Spinnen aber Spinnen sind hier oben glaube ich und ich glaube wir sind hier ein bisschen an der falschen Stelle ich muss mir nur den Weg zurück merken ich will das mal den später nicht mehr finden das wäre nicht so gut nicht so gut stirbt ja genau ein Zombie mit Schwert herkommen nee ist klar oh Creeper, 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 Creeper oh nein Glück gehabt ähm ja es kann noch nicht sein ich glaube ich bin hier voller nach falschen Stelle wenn ihr noch irgendwie eine Idee habt wo man Spinnen am besten finden können dann schreibt es einfach mal in die Kommentare ich weiß jetzt auch nicht wo ich noch gucken soll ich lauf einfach mal ah eine Spinne sehr gut es klappt doch mit ein bisschen Glück hab ich irgendwas gesehen nein ok lauf ich mal ein bisschen hier unten weiter mal ein bisschen schnell wieder zurück und das ist jetzt auch der richtige Weg ja noch ein Zombie super klasse das ist hoffentlich der richtige Weg ich hoffe es ist es ja es sieht aber so aus ja geil Enderman ich brauch die Spinne alter verpisst euch pisst euch nein hau ab hau ab hau ab hau ab jetzt haben die mich auch noch gesehen ja du kommst zu mir ne ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ich bin unten oh 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 Zombie Alter hab ich mich erschrocken ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ich lauf doch nur weg ihr seht mich nicht ich lauf voll in die falsche Richtung alter ne oder kacke ich weiß nicht mehr wo ich war jetzt hab ich ihn verlaufen na toll das ist doch der richtige Weg dann solltet ihr hier eigentlich nein ich hab ich verlaufen ah nein jetzt bringen wir auch nicht dass da unten eine Spinne ist shhhh shit na toll wir müssen irgendwie den Weg zurück finden ah da hinten sind Bäume ist es sogar da hinten ich weiß nicht ne das ist ne Schlucht und so was ne Berg ich will aber zurück nein ach toll jetzt haben wir den Weg komplett verloren und das war mein Handy ach na toll nein ich weiß jetzt auch nicht wie man den Weg am besten wie ich am besten wieder zurückkomme tolle Sache echt und bin ich auch herein in diese scheiße Wüste gelaufen oder ist es da hinten vielleicht bitte lass es da hinten sein bitte hier ist nur ein Berg ach ach Mensch hier ist zwar wieder Gras aber hier ist kein obwohl vielleicht haben wir Glück dass da hinten hier sind abgebaute Bäume ja da hinten ist unser Haus oh wir haben sie wieder gefunden sehr gut attacke und dann müsste da hinten Enderman dann müsste da hinten irgendwo ähm diese Sandstein statt sein wo wir in der letzten Folge waren ich habe jetzt noch knappe fünf Minuten und da wir ja Spinnen gefunden haben mache ich mir jetzt erstmal schnell einen Bogen ich weiß gar nicht ob ich überhaupt Pfeile habe habe ich Pfeile sechs Stück ähm dann müssen wir noch Sandstein such ähm Quatsch ähm Kies suchen damit ich Leg damit ich mir Pfeile machen kann oder ich muss einfach länger nochmal nach Skeletten suchen ich mache es jetzt aber erstmal so ich hoffe ich weiß noch wie das ging da hin da hin da hin da hin da hin und jetzt hab ich ruhigste Dix da nein das war falsch andersrum ähm warte mal so so immer noch falsch meine Güte so 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 jetzt haben wir es sehr gut dann haben wir einen Bogen ein paar Pfeile kann ich jetzt eigentlich schon ja das ist doch schon mal etwas ich würde sagen die erste Mission ist schon mal gelungen wir haben einen Bogen da da ähm ähm und Federn brauchen wir alle auch relativ viele wow Alter ich erschreck mich immer so wenn ich auch langlaufen ne Prozent Prozent ich will sagen wir laufen jetzt mal zu unserer kleinen Höhle zurück Untergrundhöhle nein ich muss hier runter so 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 eine Wälder ähm solange wir jetzt noch hier sind ist hier irgendwo Monster Monster dann suchen wir nochmal nach Eisen vielleicht finden wir noch irgendwo was ich hab noch was in meinem Inventar das mach ich auch sofort achso das ist hier äh wo gehen wir denn am besten mal lang ich geh mal hier oben lang und wir haben noch drei Fackeln das ist auch sehr gut gut hier lang ach hier ist Eisen sehr gut dann sammeln wir das noch schnell auf oh hier ist richtig viel Eisen meine Güte ähm so aber richtig viel Eisen das ist auch gut die ist sogar sehr gut die ist sogar sehr gut so dann haben wir das Eisen hier war noch was so dann sammeln wir noch die Kohle ein die gibt immer ein bisschen Level jetzt haben wir das nicht mehr jetzt haben wir kein Spielzeug mehr nehmen wir erst erstmal die für den kleinen Rest wird das noch reichen na los so das haben wir auch ist hier hinten noch irgendwas da hinten ist glaube ich Lava glaube ich gehen wir mal gucken ja Lava na gut Lava bedeutet ja eigentlich schon mal was Gutes für Diamanten oder Redstone oder sowas wo ich sehe im Moment nichts ach hier ist noch ein bisschen Eisen ach das dauert mit einer Holzspülzocke und da ist noch was ach na komm dauert jetzt ein bisschen aber es geht voran haben wir auch keine Eile ja ich hoffe euch gefallen natürlich unsere Folgen wenn nicht dann äh schreibt in die Kommentare was wir verbessern können ist kein Problem das nehmen wir dann noch an und wenn ihr vielleicht mal mit uns auf der Playstation spielen wollt ähm ähm ich heiße auf der Playstation KingLoot1309 und Niklas der ist jetzt also der hat jetzt auch einen eigenen Kanal ähm Clever Kings LP glaube ich ähm der heißt MagicNicky04 könnt ihr uns ja mal eine Anfrage schicken und dann werden wir die auch wahrscheinlich annehmen sehr wahrscheinlich und ja noch was ne ich würde sagen dann laufen wir mal schnell zurück ich nehme mal mit nein ach toll so ich finde ich jetzt den Weg zurück hier äh da unten und hier hoch sehr gut dann schmelzen wir noch kurz das Eisen das ganze Holz wird nicht reichen warte mal dann machen wir das mal eben so und was wollte ich noch machen haben wir hier noch irgendwas was ich ach genau Fleisch hab ich das ähm mach ich noch schnell ne neue Spätsacke nicht ach jetzt hab ich ja zwei Eisenbrustpanzer ne oder ja dann tue ich den einen Eisenbrustpanzer mal kurz hier rein kann ich irgendwann nochmal benutzen und dann sage ich mal äh ich hoffe euch hat die Folge gefallen ähm wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da wenn nicht dann Dislike ist mir auch relativ egal könnt ihr entscheiden wie es aussieht und ähm ich würde sagen bis zur nächsten Folge haut rein bis dann